Oh, Scheiße. Nein! Hol mich verdammt nochmal hier raus! Kate! Kate! Aaron, alles okay? Bitte mach jetzt nicht schlapp. Hol mich hier raus! Beeilung! Noch eine Falle! Beide verschlossen. Fuck! Was war das? Ich, ich kann nicht atmen! Diese Fenster sind fest verschweißt. Er will, dass wir dabei zusehen. Warte, schau mal. Ein Regler. Sorgt er für Luft? Nein. Nein, nicht beide. Der sagt sämtliche Luft ab. Die Person, zu der wir den Hebel schieben, wird sterben. Was? Tue doch was! Er will, dass wir uns entscheiden, oder? Oh mein Gott! Ich kann nicht. Wenn wir nichts unternehmen, sterben sie beide, Mark. Jenny! Buster! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Buster, hilf mir! Wir müssen wählen! Jetzt! Nein! Was hörst du? Wir müssen das unternehmen! Sie werden beide gestorben! Okay! Danke! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020